Schon wieder ein Monat vorbei und es ist wieder Zeit für die Foodbox Schweiz Challenge. Wie immer muss es im Foodwerk schnell gehen und wenn man dann bei Resten verwertet, dann umso besser. Heute haben wir in der Restenverwertung Racklenkäse und wir machen also schnelles Ofengericht mit Herdöpfel, Speck, Gewürz und ein paar andere Sachen. Im Bauchkorb ist auch noch der Knoblauch. Also aus dem Bauchkorb haben wir den Knoblauch und den Herdöpfel gewählt. Zudem werden noch Spinat, Lauch, Haselnuss und Apfel. Wenn wir das jetzt gerade machen, damit wir das Nachthemd haben, dazu gibt es einen feinen Salat und ein Tippsöseli. Das ist schon alles und ich zeige euch nachher das Resultat. Das rundet jetzt ab in den Ofen, da müssen wir vielleicht ein oder zweimal verrühren und sonst braucht sich das von alleine. Der Racklenkreis ist jetzt drauf und jetzt kommt das noch eine Schmutzung rein. Rönt ihr den Bauch, die Schlüssel dazu, ein feines Erlangen und fertig ist es dein Zelt. Rönt ihr den Bauch, die Schlüssel dazu, ein feines Erlangen und die Schlüssel dazu. Rönt ihr den Bauch, die Schlüssel dazu.